Meine Herren, heut sehen Sie mich Gläser waschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und die slumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit acht Siegen und mit fünfzig Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewischt deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr entschlafen in dieser Nacht. Und Sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und Sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Aber eines Abends wird ein Getöss sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getöss? Und man wird mich stehen sehen bei meinem Fenster und man sagt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit acht Siegen und mit fünfzig Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, wenn die Mauern werden fallen hin. Und die Stadt wird gemacht im Erdboden gleich, nur ein lumpiges Hotel bleibt verschont von jenem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Aber in der Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein, wenn man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man wird mich treten sehen aus der Tür g'n Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit acht Siegen und mit fünfzig Kanonen wird beflaggen den Mast. Und es werden kommen hundertgen Mittag an Land und werden in den Schatten treten. Und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen ihn vor mir. Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und wenn der Kopf dann fällt, sag ich, hoppla. Und das Schiff mit acht Siegen und mit fünfzig Kanonen wird entschwinden mit mir. Und das Schiff mit acht Siegen und mit fünfzig Kanonen wird es still sein am Hafen. Und das Schiff mit acht Siegen und mit fünfzig Kanonen wird es still sein am Hafen.